Ich bleib bei den Waffen. Na, das ist nicht so wirklich was. Vielleicht später. Okay, dann gehen wir mal hier runter. Ganz schön düster hier. Kommt was hier rum? Scheint nicht der Fall zu sein. Kommt Virgil immer näher. Oh, oh. Oh ja, Botszeit. Eindeutig. Oh mein Gott, das Spiel mag uns gar nicht. Oh mein Gott, erst mal wieder verrecken. Einfach schießen, ist das wie Stop. Sprung machen über den. Kommt immer von vorn, soweit ich weiß. Jawohl. Kommt's wieder. Ja, klasse. Dreh dich, Kamera. Ich stehe ein bisschen zu weit vorne, aber ich muss hier stehen. Kamera, dreh dich. Jawohl. Na komm. Jawohl. Oh, was passiert jetzt? Wow, der Boden kracht rein. Oh, wow. Sollten den Viech wieder so lange ausweichen. Boah. Das bräuchert aber ganz schön schnell. Jawohl. Ist ja gut, würde ich mal sagen. Ja, wie gesagt, ich werde hier nochmal verrecken. Dann machen wir das Ding direkt nochmal. Ich habe keine Ahnung, was er jetzt macht. Wo er da rauskommt. Mal interessanter. Oh, ich lebe noch. Hahaha. Da rennt es wieder los. So schweizt der Boss nicht. Bisschen Geduld. Dann klappt das eigentlich. Na, ich werde gleich drauf gehen. Eindeutig. Ich habe keine Energie mehr. Da ändert das Viech einfach mal die Richtung. Wow. Ich bin jetzt echt hilfreich, irgendein Viech, muss man sagen. Boah, er war ein bisschen schnell. Oh ja, jetzt geht's los. Oh ja, jetzt geht's los. Wow, ist denn jetzt passiert? Oh, dann killt mich das Viech doch tatsächlich. Boah, ich bin so weit. Mit so wenig Energie. Egal, direkt nochmal. Zweiter Versuch. Los geht's. So schwer ist das Viech gar nicht. Wie viel Schaden wir gerade mit Zerbos gemacht haben. Wow. Aber der Clown hat mir vorhin so viel Energie geklaut. Da musste ich jetzt einfach verrecken. Ging nie anders. Ich hätte gerade schon sterben können und von vorne probieren können. Dann komm mal her. Viech, Viech. Viech, die fährt. Bisschen dem Viech ein bisschen näher kommen. Hier ist gut. Jawohl. Okay. Das Viech erwischt mich. Guck mal, von der anderen Seite. Wow. Okay. Je nachdem, welche Seite ich wahrscheinlich weiter entfernt bin. Jawohl. Runter mit dir. So sieht's aus. Jetzt machen wir das Viech fertig. Viel Geduld ist hier gefragt. Gut ausweichen. Ich sollte möglichst fern schon im Wagen bleiben. Boah. Böses Fährt. Einfach in die Richtung ändern. Oh, genau rein. Jetzt kommt das Viech wieder von allen Seiten. Ich wurde doch gerade nicht so oft von dem Viech getroffen. Ich kann jetzt nur ausweichen. Ich kann jetzt halt nur ausweichen. Kippe doch mal um. Ich will aber nicht umkippen, das Pferd, ne? Jawohl. 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 Jetzt sollten wir hier weg. Was auch immer. Aber mit dem Zeit stehen bleiben, Dingern sind ja nicht so frickel. Guck mal, das Pferd da muss die an der Wagen schminken. Scheißegal. Oh, falsche Waffe. Okay, ich weiß nicht, was das Viech jetzt macht. Das sieht gar nicht gut aus. Ich folge mich auch noch. Dreck. Wow, irgendwelche Pfeile. Wow, nochmal. Oh, die Dinger nerven mich. Ich seh die nämlich nicht. Ja, geil. Ja, geil. Ja, wir haben das Viech schon fast. Das ist ja ein Mistpisch, ist das. Oh, komm schon, komm schon. Noch ein bisschen. Kommen wir mal hier an. Fuck. Fuck. Stirbpferd. Oh, mit dem Pistolen nochmal. Trauerreiter. Wow. Krieg mal ein sehr leckeres. Hm, fühlt sich sicher gut an. Oh oh. Wow. Zeit angehalten. Nett. So was will ich auch haben. Ist ja geil. Quicksilver. Spezielle Kraft, mit der Gyron die Zeit kontrolliert. Bei diesem Stil haben sie im Kampf mehr Möglichkeiten, diverse Taktiken in Kombos auszuprobieren. Hm. Kann später wahrscheinlich ultimativ die beste, der beste Stil sein. Ich weiß es gerade nicht, ehrlich nicht. Nehme ich mal an. Ich werde jetzt mal bei Trickstar bleiben. Haben wir irgendwas Leckeres? Irgendwas Yummyes? Nehme ich nicht. Ich bin anscheinend. Dann haben wir mal ja ab. Oh mein Gott. Kämpfen wir jetzt schon direkt gegen Virgil? Noch im selben Auftrag? Kann aber hart werden. Ich habe dich, Sieg von Sparta. Ja. Ich habe dich, Sieg von Sparta. Ich habe dich, ich habe dich, dein Ratschitz. Ich habe dich, Jeu, woher du gehst, du kannst nie mehr holen. Du kannst nie mehr holen. Nee. Nee. Whoa. Wow! You... You're not the one I've faced before. But this smell... There are two of them... That extra spot I had... Your sons! Wow! Wie das Blute einfach nicht spritzt! Oh shit, wenn das nicht mal Ifrit ist... Falcon Punch! Ha 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 ha! Sauber! Falcon Kick! Wow! Das Vieh geschlachtet! Kopf ab, Arme ab... ...und eine Bitte durch! Wah! Unglaublich, das Erfurt hier! Aufwahr geledigt! Joa... Fang B! Lass mal wieder speichern! Weiter geht's! Das ist nicht gut! Das ist gar nicht gut! Das ist gar nicht gut! Oh... Ein eigenes Blut dazu! Auftrag 13. Willkommen im Chaos. Blutiger Kampf unter Brüdern. Der zweite Kampf gegen Virgil. Hm, das war jetzt Mission 13. Okay. Schauen wir mal. Ich denke, ich werde für diese Mission mal die Waffen wechseln. Wow, wir haben 19.000. Hm. Weiß gar nicht. Oh, warum nicht? Machen wir mal.